Anfragt immer, was sie wollen. Aber bestimmt, Kassel. Ne, die Kaffeehau setzen zu euch. Hä, was ist? Wo ist Chase? Warum? Ja, ich bin Dir-Chef, das geht's. Wir machen uns ganz kurz zu knackig. Wir haben gestern einen von eurer OG gesehen. Der hat die Praxen-Elbe von euch gesagt. Ex-Zie gehört euch. Ex-Zie gehört euch. Wenn wir noch mal einen von euch sehen. OG oder ich weiß nicht. Normaler von euch. Dann kommen wir vorbei. Dann klären wir das anders hier. Gute Glück. Alles klar. Dann will ich keinen von euch rauskommen. Als nächstes benötigst du erst mal die Maske, Will? Ne. Kann ich die Eier lecken. Digga, was für Eier lecken? Du hast wahrscheinlich immer Eier, Digga. Fahr mal weiter. Gute Nacht. Dann alle einfach runter zum Steg. Wo weißt du, was passiert ist? Warum wir überhaupt zu euch gekommen sind? Ich denke mal. Ich hab meine Maske nicht ausgezogen. Als ich euch gesagt habe, dass sie vorher gut zu uns gehört. Mhm. Ja. Fühlst du das nicht ein bisschen respektlos? Naja. Wie man es halt sieht, ne? Wie man es halt sieht. Wie man es halt sieht. Wie man es halt sieht. Wie man es halt sieht, okay. Na gut. Dadurch, dass ihr so respektlos mit uns geredet habt. Nach Aufforderung die Maske auch nicht aufgesetzt habt. Und die Widerschaft natürlich auch, äh, zu beleidigt habt. Und ähm. Da hab ich gesagt, dass wir die Maske ausziehen. Da hab ich gesagt, dass wir die Maske ausziehen. Da hab ich gesagt, dass wir die Maske ausziehen. Da hab ich gesagt, dass wir die Maske ausziehen. Und dann haben die gesagt, er leckert. Dann haben wir ein Joint. Ihr habt ihr okiert. Bis 22.15 Zeit. Kannst die auch jetzt abfragen. Kannst die jetzt 20. Bis 22.15. Und äh. 15 weg. Der Mann hat immer noch Respekt wird. Jetzt, oder könnte er später wieder kommen, ne? Hm. Ein 15, dann siehst du mich nochmal. Okay. Auf dem Parkplatz drin war schon wahrscheinlich links. Das ist ein Jugeler. Direkt vor euch jetzt. Die Sonnen die Jugeler sind raus. Kommt ihr uns den roten. Ey, die machen wir das nicht so gut. Rote ich den Jugeler hier mal. Steig raus, steig raus! Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen! Bitte den raus, bitte den raus und gebt ihm eine Ansage! Ey, steig raus oder es ist voll! So! Komm, lass ihn aussteigen! Lass ihn aussteigen! Lass ihn aussteigen, lass ihn aussteigen! Lass ihn aussteigen! Bro, steig raus! So, steig raus! So, steig raus, steig raus! Lass ihn aussteigen! Mach den Nino, mach den Nino! Hab ich schon mal gesagt? Du bist nicht Bordas? Nein. Weil ich damit aufgewacht bin. Du bist damit aufgewacht? Genau. Über... Ich war heute schon da. Okay, dann ziehst du dich wie Bordas an. Ja, weil ich eigentlich jetzt... Du willst das jetzt zu Ende? Ja. Weil, wie gesagt... Okay, wie kannst du mir jetzt versichern, dass du nicht im Bordas bist? Keine Ahnung. Kann ich dich nicht versichern. Dann musst du dir noch was einfallen lassen. Genau, ich kann mir nichts einfallen lassen. Ey! Wenn du es mir nicht glauben willst, dann wird er mich keine Ahnung. Ey, sag mal den G-Check, Alter, wenn du ein richtiger Baller bist. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das kommt jetzt mit G-Check. Ja, G-Check, Alter, G. G-Check. Ja. Wow. Dann hau den mal raus. Nee. Okay. Naja, komm, naja, komm. Kann ich nicht mal. Ja, 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 ja. Ich muss gleich den hier, weiß ich, wo ist, ich muss den hier. Hör mal, Södi, hör mal. Näh, 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 näh. Näh, 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 näh. Näh, 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 näh. Hey, du wollen. Komm mit. Hey, da ist doch ein Boller. Ja, näh, näh. Rote Team. Kripshera Najafsch, was? Ich glaube, ich kann es nicht richtig aussprechen. Najafsch. Jetzt noch mal, beide. Kripshera Najafsch. Und der andere auch? Ich höre hier nichts in dir, du musst lauter reden. Ja, Kripshera Najafsch oder so ne Scheiße? Nee, nicht so ne Scheiße. Sag das jetzt noch mal gescheit. Kripshera Najafsch. Kripshera Najafsch.